So, wir sind da. Guntaro, Guntaro, wo ist er, derjenige hier? Der Faden deines Lebens. Hallo. Mmh. 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 Die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft. Alle unwichtig. Warum tust du nicht erst mal etwas für mich? Was soll ich machen? Drei Könige. Könige? Ich habe einen. Aber drei fehlen mir. Das war so vorherbestimmt. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass die Könige zu mir zurückkehren. Okay. Wo finde ich diese Könige? Sie werden mich finden? Wie soll das denn gehen? Wahrscheinlich ist das alles schon fertig. Auf dem Tisch? Du redest von Spielkarten? Die anderen drei werden dich finden. Du musst darauf vertrauen. Und auf dich selbst. Das war's. Okay, neue Nebenquist. Die Wahrsagerin. Finden sie die Könige aus dem Kartenspiel der Wahrsagerin? Okay, einen habe ich schon. Wird mir denn angezeigt, wo die sind? Sieht nicht so aus, ne? Könige. Könige. Dein Leid. Alright. Angeblich soll hier auch noch eine Kabel liegen. Guck mal, hier ist auch noch eine. So, jetzt habe ich zwei Könige. Okay, und wo ist die dritte? Naja, da müssen wir nochmal gucken, ne? Junge, laber mich doch nicht voll, ey. Achso. Hä, das ist unterwärtig. Da hinten ist die Händlerin. So, auf zur Händlerin. Angeblich soll das da sein. Auf dem Tisch neben der Händlerin. So, die Händlerin? Wo war denn die Händlerin? Oh, da. Also, hier ist auf jeden Fall nichts. Im Schrankfach. Wo ist denn hier ein Schrankfach? Ich weiß gar nicht, was hier genau gemeint ist, Alter. Hier ist was. Oh, ich schätze, sie hat... Oh, ich hab's. Ah! Nice. Gut, dann wieder zurück. Also, die Karten sind auf jeden Fall gut versteckt gewesen. Ich kann dich sehen, hast du gesehen? So. Dann gucken wir mal. Also, das ist echt dumm hier gemacht, ey. Ohne Witz. Bist du bereit? Ich bin total bereit. Ich bin bereit jetzt hier. So. Buntaro, die Dame. Da bin ich wieder. Niemand ist je bereit. Niemand ist je bereit. Jedes Mal, wenn du jemanden anlügst, lügst du in Wirklichkeit dich selbst an. Ich sehe Dunkelheit am Horizont. Ich sehe einen Schatten. Den Schatten eines Monsters aus der Vergangenheit. Wie er sich nähert. Ich sehe eine Frau, die du suchst. Und eine Frau, die dich sucht. Und es gibt eine Wahl. Ja. Man hat immer eine Wahl. Ich sehe den Zorn längst verstorbener Götter, der auf die Stadt losgelassen wird. Und ich sehe das Opfer, das sie besänftigen wird. Schmerz und Tod. Erlöser, die zu Verrätern werden. Verbündete, die zu Feinden werden. Und ein Licht in der Dunkelheit, das erneut leuchtet. Schmerz und Tod. Wie, was kann ich machen, um das zu vermeiden? Die Macht lodert stark in dir. Dies bringt große Verantwortung mit sich. Erinnere dich daran, wenn die Zeit der Entscheidung kommt. Oh Gott, was redet die denn, ey? Also gibt es keinen anderen Weg? Ausflüchter. Darin sind wir gut, oder? Irgendwann fängt man an, vor sich selbst zu fliehen. Dein Schicksal wird dich einholen. Es kommt eine Zeit, in der du dich dem stellen musst, der du wirklich bist. Ähm, ja. Okay. So, neben Quiz abgeschlossen, die Wahrsagerin. Nice. Was habe ich denn von dir bekommen? Eine Kristallkugel. Cool. Alright, fertig.